Kaltbraten Kaltbraten mit Nelkenpulver und Kartoffelpüree mit Salzbutter Rundsradot mit Paprika und Salzkartoffeln mit Petersilie Rote Gritze mit Vanillesaufe und ein bisschen Weins Schwitzkotelette mit und was für andere Gritze? Es war eine Schwitzkotelette mit mit Suizidunenscheinen und und gewürftete Zwinglinge und und schwarze Rundsradot mit englerte Kirsche. Na ja! Na ja! Gut! Der Teller Der Teller auf den Tisch abstellen Eine Daumenweite vom Rande Sehr gut! Und dann Der kleine Löffel Der kleine Löffel über den Teller abstellen Anständig sein Und dann Und dann die Garde Die Garde auf der linken Seite Aufrecht sitzen Und dann der große Löffel Der große Löffel auf der rechten Seite Abstellen mit etwas Abstand Und dann Always Sometimes Never Always Sometimes Never Always Sometimes Never Always Always Sometimes Never 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 Das Messer Das Messer auf der rechten Seite Abstellen zwischen dem Löffel und dem Teller Das Messer In der rechten Seite Das Messer In der rechten Seite Falls Sie eine Pause machen wollen Checken Sie bitte Nie Ihr Steck Die Rude, die auf dem Teller rausspricht Immer parallel Über eine Seite rauf Dann können Sie noch ein bisschen Weg machen Genau Sehr viel Und dann können Sie noch ein bisschen weg machen Genau Sehr viel Nein, nein, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht Der Teller, der Teller auf dem Tischabstand, eine Daumenweite vom Rande. Das kleine Löffel über den Teller, der große Löffel auf der rechten Seite. Der Teller, der Teller, der Teller auf der rechten Seite.